Hallo ihr Lieben, es freut uns wieder, dass es eine Ingeschalt hat. Sarah und ich sind heute unterwegs im Nordschwarzwald. Wir sind dort im Enstall unterwegs und die Tour hat ungefähr 17 Kilometer. Wir sind noch nicht allein, wir haben noch einige dabei und wer das ist, das sind ja gleich bzw. bei einem jetzt. Also bleiben dran und viel Spaß beim Gucken. Bis dann, tschau. Musik 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 Eike Meue, heute sind wir im Schwarzwald, besser gesagt im Nordschwarzwald bei Birkenfeld unterwegs. Da kommt jemand her, das ist der Harald Roller, dem haben wir achtig direkt zu verdanken und der ist halt so ein bisschen unser fremde Führer. Den zeige ich euch gleich noch. Mir haben noch zwei dabei, aber ich glaube die können es sich selber vorstellen. Sarah hat ja da alles gesagt, also guten Morgen. Hallo Freunde, wir sind auch mit dabei. Ich bin auch dabei. Hey Gurvi. Hey wartet auf mich. Ach hallo, muss ich sagen hallo. Nur damit ihr das wisst, der erste war der Chef und der hinten dran, das ist der Michael und dann der allerletzte, das war der Harald. Und wie immer, liebe Grüße an dich Topper. Ich will hier nichts sagen, aber nach Chef kam Jim mit der komischen Stimme und das war Jim. Ich will gut pr ecosystem. Das war's passiert. Ach sogar nicht. Deineuelaige. Das war's, das war's. Das war's für heute. Sollte Musik Das ist alles gut. Ich werde dich auf die Schnauze legen, dem Tadichchen drängen. Oh, Sarah, das machen wir. Da sind wir, zum Ende kommen. Ich bin die Kuchen. Ich kann die Kuchen. Ich bin die Kuchen. Ich bin die Kuchen. Die Kuchen sind unten gestronenter Anknien. Das geht nicht. Nee, das geht nicht. Die Fischstrahl wird da rechts vor. Danke. Man sieht ja von den Rünen immer noch eine Steinpassade. Aber innen drin waren die auch mit Holz und Etagen ausgeleitet. Das sieht man ja heute nicht mehr. Ist ja das Schade daran, dass man das nicht erkennen kann, wie waren damals die Etagen, was sind die für Zimmer gehabt, Fenster haben sie keinen gehabt mit Glas oder sowas. Ja, ich hab hier mal angerufen. Ach, ich soll wegen uns gehen. Okay. 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 So, Okay. Bye. Da sieht man hier die Gier, wo man auf Steinen kennt. So, ich bin heute mal der Sun in der Männergruppe da hinten und wir haben jetzt fast 18 Kilometer Wir sind gleich wieder in Bürgenfeld und haben heute eine echt interessante Tour gehabt. Ziemlich viele Sehenswürdigkeiten wie den Aussichtsturm von Pforzheim und halt auch noch die Neuenbürg. Das ist eine sehr interessante Burg. Das solltet ihr euch unbedingt ansehen, wenn ihr hier in der Gegend seid. Und haben halt ziemlich viel auch über Bürgenfelder Land und auch über die Wege erfahren. Denn Harald Roller ist Heimatkundler und kennt sich ja super aus. Von daher gebe ich weiter an einen der Jungs. Man sieht sich. Mir hat es natürlich auch viel Spaß gemacht mit den hinteren zwei. Und Sarah natürlich auch. Ich will auch nichts anderes sagen, weil sonst kriege ich Probleme dahin. Und noch ganz wichtig, liebe Grüße an die Tauber. Sonst kriege ich nicht ganz große Probleme. Also wir sehen uns wieder am Samstag. Bis dann. Ciao. Wandern mit Strauchs Wanderlust? Da bin ich dabei. Und wenn auch noch der Harald dabei ist und der Micha. Einfach nur große Klasse. Also es hat mir heute sehr gut gefallen mit den beiden vom Straußkanal und der Harald. Der hat eine richtig gute Route rausgesucht. Es ging hoch und auch wieder runter. Und das ist das Wichtigste. Bis zum nächsten Mal. Mich hat man vergessen. Ich fand es natürlich super, dass ich hier heute mit dabei sein durfte. Äh, Harald, Sarah, Marco und Micha. Vielen Dank, dass ihr mich mitgenommen habt. Leider konnte ich euch den alten Idioten nicht ersparen und den gestankt von dem. Aber wir wären wieder dabei, wenn ihr uns einladet. Macht es gut, liebe Freunde. Bis zum nächsten Mal. Euer Jim. Also was soll ich jetzt noch sagen. Der Jim hat alles gesagt. Es war schön mit euch, mit der Truppe hier durch den Schwarzwald zu laufen. Ich wünsche euch viel Spaß bei eurer nächsten Wanderung. Also ihr, die ihr morgen nicht mehr dabei seid. Und wir sehen uns ja nochmal. Und weil aller, weil aller guten Dinge halt auch immer zwei sind, wünsche ich auch einen topper. Noch ganz, ganz schöner Abend und ganz schöner Meue. Und ich hoffe, du hast die Grüße jetzt auch richtig angeredet. Und ich grüße natürlich noch alle Zuschauer und der Recht von des Avengers. Ciao. Und ich grüße dich. Und ich grüße dich. Und... Hallo ihr Liebes. Freut uns wieder, dass man eingeschaltet hat. Sarah und ich sind heute im Nordschwarze... Hallo ihr Liebes. Es freut uns wieder, dass man eingeschaltet hat. Sarah und ich sind heute im Nordschwarzwald unterwegs. Und dahinter der Schimpanser macht Blödsinn. Schatz, da geht's nicht. So kannst du nicht arbeiten. Mach du mal, Liebes, du hast das Zeug. Der Duder hat das schon hundertmal gemacht. Das ist gut. Das heißt immer, Liebes. Und die wird kein Bier mehr.